So, noch einmal willkommen zu einer neuen Runde Modern Warfare 3 und warum schon wieder? Ich habe es schon gerade ein paar mal versucht, aber anhand technischer Störungen konnten wir die Offen aber leider nicht starten bzw. nicht ordentlich durchführen, weil man gut wieder abstürzt. So, jetzt werden wir hier schon mal geschickt, die Afrikaner hier. Ja, genau, ist deine Waffe eben leer. Wo bist du? Wo bist du? Irgendwie habe ich das Gefühl, meine ich, das ist doch zu langsam. Wo seid ihr, ihr, ihr etwas anderen Personen und ich habe schon das Gefühl, ihr werdet mich jetzt alle hassen, alle, weil ich so schlecht bin, Entschuldigung. Bam, bam, jey, lebt du noch nicht. Und du lebst auch nicht mehr. Und du hast nicht erlaubt, es zu sterben. Ja, ich erteile Erlaubnissen zu leben. Vor allem in diesem Kaffee hier in Afrika, da muss doch irgendeiner die Regeln aufstellen. Und das bin ich. Und wenn mir das nicht passt, der soll sterben gehen. Deswegen bin ich auch hier. Hättet ihr das gedacht? Hm. Hier, erst mal an die Drucker gehen. Und die Munition aussperren. Meine Maus ist, glaube ich, jetzt etwas zu langsam, habe ich das Gefühl, oder? Moment. Nein, nein, nein. Nicht quit. Options. Gott, Frau Lück. Mach, 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 mach. Ein klein bin ich ja. Ja, das geht. So, der Drücker wäre F5. Und machen wir Türen wie Türenaufnahme. Französ, Französ, jo. Ja, ich weiß nicht, ich hab meinen französischen Akzent, das tut mir leid. Aber ich muss etwas. Ich muss das Game, das Let's Player, etwas aufwerben. Wollt man es auch versuchen aufzuwerden. Und genau, schlatsch mich mit deiner Schuldflinte. Das Wort mit Enddorf man ja nicht sagen. Sonst wird man gebannt oder beleidigt. Das macht mich traurig. Und ich muss mich immer noch an meinen neuen Settings gewöhnen. Flieg um. Fall um. Fall um. Bist du mir gefallen? Ja, klar. Drei Schuldflintenschüsse später. Er ist immer noch nicht tot. Ein scheiß Arschloch. Oh, jetzt hab ich das böse Wort mit Endgesagt. Jetzt halten sie schon Granaten. Aber nicht, weil ordentlich Wasser sammeln können, ohne dass man gleich an einer Lebensmittelvergiftung stirbt. Aber Granaten, genau. Golf Jodid, du hast mich enttäuscht. Du hast diesen Leuten Granaten gegeben. Das darf man nicht. Die stoppen sich doch gegenseitig ins Maul und denken, sie essen etwas. Das macht mich tiefsträuchig. Was sind wir jetzt besser sind? Bestimmt nicht. Obwohl, ich hoffe, wir sind besser. Oh, eine schöne Handwaffe. Hui, hui. Ey, guck mal. Das Ding hat ein Loch. Das Ding hat kein Loch. Scheiß, stopp hier. Ist das bestimmt von Nokia gebaut. So, diese Dinger, ja. Ja, ich hab gesagt, ich muss mich nicht mehr von mir hören. Klar, jetzt haben sie auch noch Hunde. Wo bist du? Stirb, Hund, stirb. Also, Hunde. Wie man jetzt vermehrt. Bestimmt noch hören kann ich. Ja, genau. Nimm das Brot zum Butter, aufs Brot schmieren und nicht um Leute zu erstechen. Das war jetzt ein 1A-Reflex. Obwohl das gar nicht so geplant war. Hm. Boah. Alter. Scheiß. Fucking Köter. Und hier sagt immer, die Weisen sind die Rassisten. Weil es sind das die Schwarzen mit ihren scheiß fucking Kötern. Ja, genau. Die schneiden Albinos. Körperteil auf, weil sie denken, unser Knochenmark ist wertvoll. Hab ich grad echt Albinos gesagt? Ja, hab ich. Ah, schnell. Laufmännliche Schlampe auch. Oh, guck mal. WTF. Ach, 2007. So. Das war nicht so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Und zwar ist das sehr schlecht gelaufen. Und darum doch ein Stückchen runter. Und jetzt geht's weiter. So. Okay. Dann nehmen wir uns einmal Bootleg vor. Warum nicht? Warum nicht? Mal sehen, wie schnell wir hier sterben. Und verurteilt mich nicht. Ja, ich hab es lange nicht mehr gespielt. Und bin deshalb etwas lubig. Wie man vielleicht in meinen anderen Gameplays hin könnte. Ja. Ich überlege auch manchmal schon, ob ich das ganze Let's Fail nenne. Aber eine gewisse andere Person namens. Darf ich den Namen sagen? Schapie. Hat es ja schon... Nee, der ist überrascht seine Gameplays. Obwohl ich auch nicht so schlecht bin. Schapie. nicht die waffe okay als ob das nicht schon schweig genug ist nein man braucht noch man muss nur einen revolver kriegen so jetzt gibt es die waffe ich habe einen waffel die größte fehler der menschheit mir eine waffe geben zählen müsste man vielleicht dann auch noch können nebenbei der genau schießt durch irgendwelche essen Stinger Reste da und die sterben nicht das tut ich hinlegen ja ich hab das mal so doll gewonnen und merke dass ich das noch einmal machen muss schuldigung tötet ja es müsste gehen es ist zwar nicht perfekt aber es muss gehen gut jetzt gehen wir wieder zu dürfen und holen uns ein bisschen Munition aus unserem Wahnsinnsdrucker je und das meine Fremdesal gerade etwas abgeschmiert es geht um die Türen um um 2 1 Kuhn wer ihr habt ohne dann tötet ich euch gut durch das sowieso als wo weil es euch ja egal ich habe ihn hingerichtet ich auch ich auch ich bin trotzdem nicht zufrieden trotz der mich menschen tötet er ist nicht gestorben trotz meiner wahl trotz meiner gehörten aktivitäten ist er nicht gestorben und aktivitäten nachladen und einmal hier durch diesen Haufen toter Leib auch durch diesen Haufen Leichen Waffen um jetzt erst einmal ein bisschen Upgrades holen Upgrades holen Upgrades holen Upgrades holen Upgrades holen aufgrund für mein Schatz was das habe ich nicht gesagt das war vielleicht dass ich das gesagt habe das was ich glaube ich mache bald so ein FHQ Video wo ich sage ich hasse Hunde wie viele enemies leften noch das ist alle tot oh Gott ich sollte abhauen ich habe es ja verstanden nachladen nachladen ausruhen aufstehen und warten bis er geht und warten bis er geht sind verblendet no geht halt die Munition und alle das glaubst du immer der kriegt noch auf dem Boden ich glaube es nicht so jetzt kriegte man zum Ende auch sein zu kommen ich habe das ist ein Flugzeug die wir werden beobachtet ich mag nicht beobachtet werden das ist nicht nett ich kaufe mit Giesel echt schick aber ich glaube es wird die Städte zu voll ab der Proberer von uns in die Menge rein hatten BAM wir sind sie bei Lille wir machen eine Hüpfpartie Lille Hüpfpartie und wir müssen ich 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 so ist seit Bord Schatz du mein Schatz wir kommen mit der Geschwindigkeit ja du warst schon dort bevor du angesprungen kamst fucking Köter ja ich habe vielleicht etwas schnupfen weshalb ich vielleicht unbemerkt meine Nasshoch ziehe manchmal ja so eklig aber es passt ja fucking Köter das Video hat doch nie meine Tante sehen so blitzt hier aus ja leider dass ich kein Energyfunk mehr hab so könnte ich jetzt welches trinken und euch damit lädisch machen Fragezeichen 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 oh jetzt also jetzt in dieser nächsten Welle sterb ich weil jetzt die ah nein oh 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 der Intinn ist etwas was wir sehr brauchen können und ich habe jetzt endlich fünf Abonnenten wofür sehr dank Bobin falls du das Video gucken solltest fünf der Abonnent ich komm grad nicht auf seinen Namen dann hinterlose doch ein kommentar wie du meine let's place bis hier schien ist und ob du zufrieden bist ich hab gesagt sterbe ich hab den schinken das will den willen der schinken nicht und was sterbe ich hier gerade ich brauche einen gegner scheißfreudiger Köter das war kacke und diesmal war gar nicht so ein Butschertyp dabei ich denke gar nicht auf dieser Schwierigkeit gespielt doch okay das wundert mich dann doch schon etwas ich glaube ihr merkt schon ich bin nicht so besonders begeistert von meiner momentanen Leistung warum bin ich so komisch ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber ich trinke jetzt erstmal ein Schlückchen Orangensaft da um die um die ist das die und noch so zur antinfo fälle wer es noch nicht mitgekriegt hat wer kann das werden weil mich die spiel aus los einmal in der Hinsicht fest diesen Muehl-Sylen der Gäme anbetrifft der Kumpel zu stellen so dass man kaum gameplay hat dass man kaum gameplay hat und dann kann man doch nicht da es gibt ja die Speicherfunktion man kann das gespeicherte Spiel nicht laden das wird gut ja Muenchen schuldig Fettkohle gekriegt